Mensch. Ähm, nö. Ach so, da lang, also ehrlich. Das sind so Wege, wo ich mir denke, müssen die sein. Sehr herzlich, mir bricht man sich ja eher das Bein als, naja, als alles andere. Irgendwas, was ich hier öffnen muss? Nö. Ah, der Raumanzug. Ja, aber ich werde gleich nervös, ich muss erstmal wohin, wo der Kaiser von China auch hin muss. So, da bin ich wieder. Ja, weiter, also, ich habe erst gedacht, das ist eigentlich so ein Spiel, ach, da reibt man durch, wie es sich am Anfang so dargestellt hat. Und, ähm, ist aber nicht so. Ist überhaupt nicht so. Okay, hier ist alles rot, da ist, hier geht es nicht weiter, da geht es nicht weiter. Hier ist der Durchgang. muss ich mal gucken, ah, da ist ein Knopf. Dekomprimieren, bitte. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich alles sofort finde und nicht, dass ich mich wieder irgendwo, ach du Scheiße. Hier strahlt die Sonne direkt drauf, wa? Dafür ist aber ziemlich schnell, der kann ja richtig rennen auf dem Mond. Ich dachte, das geht durch die Schwerkraft gar nicht. Ich werde jetzt nicht schießen. So, war ja nicht noch eine weitere. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich gehe nochmal hier hoch. Vielleicht komme ich ja hier irgendwie, hier oben drauf, irgendwie. Oh, die müsste ich mal früher schlafen. Ich bin gestern, habe mich gestern mit Frühsache hingelegt. Aber, nada. Ich will wieder nicht dazu kommen. Okay, von hier aus kam ich. Die Musik ist schrecklich. Ich habe das Gefühl, ich muss immer diese komische Kante. Ja, ich werde diese Mondmission jetzt noch fertig machen. Und dann werde ich mal schauen, dass ich hier, dass ich dann langsam einen Cut mache für heute. Weil dann habe ich auch schon da, lange genug gespielt. Dann werde ich auch nicht runter springen brauchen. Okay, da geht es nicht weiter. Okay. Gut. Oh Gott, schaffe ich das? Meine Fresse! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Super, und jetzt muss ich noch da draufhauen. Wir haben gerade einen schönen Flug, oder? Ich hab die Erde jetzt nicht gesehen, aber ich hab die Sonne gesehen. Gut, dann machen wir mal. So, jetzt krieg ich wieder selber Luft. Okay, ich geh jetzt mal hier lang. Nicht weiter. So, hab ich jetzt was, was ich brauch? Ich erinnere mich an diesen Moment, damals im Lager. Ich kannte sie gut, zäh, mit eisernem Willen. Keine Familie mehr, alle tot. Der Glaube, er hat sie am Leben erhalten. Ich habe so einen starken Glauben nicht. Für mich muss es überall Zweifel geben, sonst ist kein Platz für Fragen. Okay. Okay. Dieser Ort hier ist das Ergebnis gnadenloser Überzeugung. Absolute Gewissheit führt hierher. Und trotzdem glauben sie. Ich frage mich, was für ein Gott so viel Leid zu lässt. Und ich frage mich, ob ich noch an ihn glauben kann. Vielleicht mit uns prüfen. Möglich. Und wenn das so ist, dann versagen wir kläglich. Muss das jetzt sein? Ist ja ekelhaft. Hat er sonst keine Probleme? Mann ey, hol den Chirurgen. Aber bitte nicht ein onbedien آSecata legen. Das bekommt man weiterhin. Was bleibt keine Ohren, die mir ein kletzen. Wir waren inkas 가능. Dann probieren wir einfach nur alle Genusshäisen die обязательно aus, dann kommen es Was wir sehen, wenn das ergänzt? ano Jahr führt die Sch jsemserverbindung auf. Das muss Tea apostle capita ... Wir TRM 시청ieren. Oh, noch mehr? Ich bin sanft, ich werde jetzt nicht alles so umbringen, dass ich hier... Ach, das war die Schleusse. Die hat also kein Besonderen mehr. Ich werde jetzt hier ein Ausheben, meine Fresse. Oh mein, da muss ich mal hoch, ich kriege den Typen einfach nicht. Ist egal, wie ich hier schieße, ich darf immer an ihm, ne? Hm. So. Da hinten sind auch noch welche. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen, ich muss mich mal ein bisschen umschauen hier. Da muss ich definitiv hin. Hm, das war's. So, weiter jetzt. Und drauf da. Ja, rüber da. Na, da wollen wir mal hier rüber. Mal gucken, was uns da wartet. Ähm. Ah, da war eine Treppe, habe ich gar nicht gesehen. Okay, das wird ja mal aggressiv als Spiel. Okay, das wird ja mal aggressiv als Spiel.